ich bin zu gut wie die anderen aber Mann war das Lecker alles so ein bisschen dafür und dafür dafür entschuldige ich mich sehr liebe Zuschauer aber ich bin gefangen ich wundere mich warum Kämpfe kann ich noch Leute Bürgerin der Kugel weg um und außerdem wie wie schon gesagt könnt ihr uns gerne mal schreiben was ihr was euer Lieblingszelt ist Batman Superman Spiderman wobei ihr irgendwie Schreibfaul-Seite muss was das sagen darf anscheinend was? wie ist die Zuschauer Schreibfaul? ja das stimmt ihr seid richtig schreibfaul vor allem bei der Abstimmung bin ich ein bisschen enttäuscht da so wenige nur was geschrieben haben weil ich werde höchstwahrscheinlich Amnesia spielen aber ich hätte mir doch ein paar mehr Kommentare dazu gewünscht und ja man kann es auch nicht jedem Recht machen also und ähm warum ist ein Brainiac-Typ da direkt beim... da wo Motimo ist? wechsle Signale nur ein... cool cool oh jetzt ist er verärgert er greift alle meine Kommunikationssysteme an glücklicherweise kenne ich ein paar Tricks gehe zu Brainiacs Explosionszentrum mit den ganzen Truppen und Schiffen wird er bestimmt jeden Moment mit dem Abfüllen beginnen es sei denn du hält ihn auf bist du jetzt mal langsam fertig? ja ich muss jetzt noch äh zwei äh drei Typen wegbringen drei Bürger oh also ich habe jetzt die Mission Brainiac angreifen weiter ich muss ich muss Brainiac äh was ja warte noch äh da ganz kurz weil ich hab gleich alle Bürger weil ich hab grad alle da ist Leute weg geschafft die stürmische Probe wegbringen du kriegst noch mal auf dem Bruch schade noch einen muss ich noch da ist auch schon mein lieber Bürger kurz wegfliegen damit die mich nicht in der Luft töten ich bin gleich wieder da aber tatsächlich P ich muss so kurz nur richtig gar im Turm hinauf gehen zack hui es macht einfach so Spaß diese Welt ist so groß und so detailliert man kann wirklich überall hin das ist einfach richtig gut gemacht DC Universe muss ich schon sagen es gibt ja auch nochmal so ein Spiel das heißt irgendwie Marvel irgendwas das ist dann mit Spider-Man und so was und Hulk und so ähm das finde ich aber dann dass ich ich habe meinen Trailer angeschaut und ehrlich gesagt ich muss sagen DC Universe ist besser ja ich hab grad gar nicht verstanden was die Lady da gesagt hat aber egal oh hätte ich da was sagen können ne 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 waren wir auch ehrlich gesagt egal die sagt ja immer nur du musst da weiterkämpfen oder so ich bin genau das was die fest will ich sehe dass du den coolen Turm aufbauen wolltest ich mache es gerade ich bin schon oben wir springen mal hier so hoch das finde ich mal ganz witzig immer springen und kletter ja wo bist du da du bist direkt unter mir irgendwo ich glitte gerade hoch ja eben und du bist und ich bin ja schon oben mein Gott so da ist so so gute Fähigkeiten in Leichtathletik hätte ich auch gerne hallo ich weiß dass du da bist ist mir doch egal Leute was ist denn da das irgendeine police office guck mal ich fall runter ahhh 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 ab 2 die felt sollte man beschützen bevor es selbst anattentat macht bist du noch da oder ist sie jetzt schon weg also ich gehe schon mal rüber zu der quest und ich glaube entlang der brücke zu fahren bis da ist dass ich gleich auf den weg die boroughe glaube ich heißt es die boroughe ja dann wird das wir doch gerade ich fliege mal zu so ein brainjet schiff vielleicht schaff ich das ja auch noch aber es ist gerade so still irgendwie ich habe mal schnell reisen gemacht wo ich rauskomme hallo wie geht's Kaffeekränzchen schubidu 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 ich bin jetzt bei dir ja ich könnte mal ein bisschen Hilfe hier gebrauchen ja ja mein gott ich ich gebe die Rückendeckung der schießt einfach auf jeden der mir in die quere kommt ich weiß es ruckelt gerade einfach so sehr ja bei mir auch gerade 1 2 3 4 5 und lang halten komm ich versuche mal hier grad diesen Rauch zu machen 1 2 3 4 5 und halten Drogener Rippen Alter dieser Rauch ist cool der besorgt wirklich die Gegner das ist aber die Roboter die halten sich dann den Mund fest und müssen kurz äh schnaufen Leistung eingeschränkt das ist so ein fettes Teil ich glaube du musst du was damit machen äh jetzt ist damit zu stören Schalalala 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 ne ich glaube doch ne hä WTM doch doch ich hab das erste Teil zerstört so ich zerstöre mal das hier und ich muss nur noch einen Typ töten und dann habe ich alle getötet die zack so da werden wir leben kräftig gerade bräuchte nichts hallo ich würde sie kaputt machen auch könnte mich nicht mal in Ruhe lassen sie ist doch nicht unhöflich er diese Roboter kennen gar kein Benehmen 1 2 3 4 5 und halten oh oh ich brauche leben schnell ein weiter ich bin da ich bin da ich bin da er er ist so viel die Kampffeldung hier ist jetzt er ist fast vor es reicht auch auch noch zu viel ich mache euch alle fertig ich habe dir auch gerade mal Leben gegeben 123 sogar ich brauche das selber mal komm schon Giftgas 1,2,3,4,5 huiho ich könnte auch bald mal wieder ich kann auch bald mal wieder neu ach komm du wirst dich mit mir anlegen du kleiner Furz ich zeig's dir also mein Lieblingsheld ist auf jeden Fall Batman das ist klar also Iron Man mag ich eigentlich fast schon mehr ich gesagt aber von denen hier mag ich eigentlich Batman ja Iron Man finde ich auch ganz okay Iron Man ist mein zweitliebling der Film ist so lustig geworden ach komm kann ich nicht über dieses scheiß Ding fertig machen 1,2,3,4 ja vor allem die Spawn hier die ganze Zeit gerade wieder neu ja ich habe gerade zwei Leute durch Betäubung getötet ach komm ich würde den Scheiß hier fertig machen so endlich ah krieg sich hin wobei ich irgendwie Protokoll Alpha eingeleitet 2 ja ich glaube wenn wir im Team sind dann ich habe das ich habe das ich habe zu sagen die war mal war es war so es gab es nur wenn er bei einer auch zu mir ich halte hier bei den Leuten auf vor Ort ich habe es nicht muss ich bin recht hoch ja ich hab dich gerade geheilt okay ich zerstör du mal das Teil und ich erhalte die Leute ab ach genau du hast ja noch deinen Tu mal so denn scherstörst du es gerade? Ja ja guck bei mir habe ich jetzt auch schon 30 Stunden das ist gut dass man wenn meine Kuppel zusammenarbeitet ja das war die gleiche Kraft aktiviert das wo bist du gerade war dahinten okay was ich kommt zu dir da halte ich wieder ab wo ich wollte Bokoll ein gelang war ich halte ich nicht halte so der ist muss dann nicht auch schon weg sein ja noch alt, dann haben wir es geschafft blöd dass wir davor nicht drauf gekommen sind und die ganze Zeit versucht aber leider zu schaffen der ist auch gleich weg ja ich gehe mal hier weg wieder auf so ein cooles Haus für die noch ein Tüpp und dann fliege ich auch noch schupt fliegen muss halt leichter nicht mehr getroffen wie bei Athletic, dass der so J so J hier ist WikiWale mit Blickpunkt JLA über Batman Gotham's ureigenen Kreuzwetter im Umhang Batman bei Jensatz des Gesetzes für das Rechtkämpf ach wusstest du dass wir uns gegenseitig interpretiert finden zu uns rechts warte kurz das Kommunikationsfeld hat mein Signal blockiert alle Systeme laufen wieder und BrainYack weiß gar nicht wie ihm geschieht melde dich im Unterschlupf zurück okay wir müssen uns wieder in den Unterschlupf gehen wir treffen uns da ok bin da ja es geht wirklich schneller wenn du dich teleportierst wobei wir jetzt direkt daneben waren deswegen war es auch nicht so tragisch ja und mir fällt gerade auf dass wir wenig labern wir müssen mehr reden ja aber worüber mhm der neue Iron Man kam ja schon raus ich ich finde der erste Iron Man war der beste hast du dir angeschaut? ja gute Arbeit gute Arbeit das dürfte uns etwas Zeit verschaffen um ein Gegenang Kino oder Reigny zu nö Bruder ich habe im Kino angeschaut da war echt toll dafür ich fand den ersten am besten was ich daran zu genial fand diese eine Handschuhe wo der da auch ohne Rüstung gekommen ist da hat er die Handschuhe da hat er das so geschockt das war ich lust aber den zweiten Teil fand ich am schlechtesten ja ich hoffe der macht noch weiter weil er selber musste nur drei Jahre lang machen also hat er einen Vertrag gemacht dass er drei Filme macht du meinst diesen Robert Downey Junior genau und ähm aber aber die andere aber er möchte ganz viele die erwähnt es wird machen aber anscheinend muss so viel Bock hm ich habe nicht genau warum das Film ist toll ja okay er hat er mit sich zurück das war der Kriegen den Morgenstern an wo Kärle zu Wachtmeister Gallient neunten Bezug von Gossam Priester wird zurück bin ich schon also haben wir schon okay jetzt haben wir Morgenstern an die Worten schuldig haben Sie den ja wenn du morgen morgen vier Präzision und zwei macht naja da habe ich ihn da muss ich zum Hals machen dann kriegt er da hat sie mit Prozent angezogen ja so mitgekriegt hast du eine Köst ich habe eine die nennt sich nächtliche Schrecken die nehme ich mal ich habe Doktor und hast du ab Warte 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 das reicht nicht um Scarecrow Schläger zu stoppen wir müssen die Angstgassfässer von der Straße runter bekommen begib dich zu ihrem Vorratslager beim Chemiewerk egal was du auch siehst lass dich nicht von den Auswirkungen des Angstgasses abschrecken okay also das ist eine Mission von Batman frag mich nicht woher ich die habe ich weiß auch nicht was musst du da machen irgendwie so oh mein Gott sieht der geil aus ach ja das ist der Scarecrow glaube ich der sieht richtig cool aus bis draußen geht ja äh und was musst du machen ähm ich muss da irgendwie den Martin Malone Improvement District District erreichen wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe was ich sehr bezweifle ich bin schneller guck mal ich bin schon hier guck mal guck mal guck mal voll angebung dafür kann ich coole Moves machen ui der Nebel sieht aber auch richtig krass aus ja und den musst du nämlich weg machen wahrscheinlich ja diese restlichen Fässer soll ich da irgendwie ja bis hier Scarecrow ist hand lang und beschütze die Fahrgut und so oder was ja die Kräfte hab ich schon mal gemacht wir müssen das Angstgas hier rausschaffen halte die Augen auf und während ich es sicher da musst du dann da musst du achten du musst den Typ da beschützen da kommt diese Halluzination und tötet ihn vor die den äh die Fahrgut und so was vergiss nicht zu schreien die Verwandlung sich halt nicht richtig alles klar bei dir du scheinst ein bisschen noch mehr kui hast du immer noch Halluzinationen? hm was mach ich so lange? ich weiß nicht weiß ich auch nicht ich glaub ich will irgendwo runter und töte hier ein paar Leute hallo Halluzination tschüss hallo ach greif schon fertig kannst du diesen Behälter hier rausschaffen? ok diesen Bärter muss jetzt rausschaffen wo lang da ist ja noch der Pfeil angezeigt und hämmert mich auf der Seite ich hämmert auch nicht rum aber es hört uns sehr laut jaaaaah ok lol bei mir ist hier so riesen Pfeil angezeigt nach vorne lol hier liegen immer noch überall angst auf der Heck herum wir haben Gefahrgut beseitigungstrupps losgeschickt lol fässer zu finden und sich auf mein Gesicht ist ein riesen Pfeil angezeigt auf der Minimap hm ja also ich weiß nicht was ich machen soll weil wenn ich jetzt Quests mache dann hast du die später mal und dann musst du wieder nicht zusammen machen hm hm kannst du ein bisschen rumfliegen die Stadt anschauen ich werde dir zeigen was Furcht ist du willst mir zeigen was Furcht ist ich bin Illusion Snides ich zeige dir was Furcht ist ok kam nicht so cool rüber wie du es wollte so ja ach ich ach so ich wollte dir grad mal was zeigen ach ich bin so sauer ich hab'n so eine Barriere und so kaputt geschlagen ich bin Angstgasse hier wo ich kam bin guck guck ich mach' mal den Move warum hast du mich nicht gerettet warum hast du mich nicht gerettet warum hast du mich nicht gerettet warum hast du dich gerettet ich hab' auch gemacht hier wird's ganz schön unheimlich guck warte atme deiner Angst ein what the fuck wow 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 was zum Teufel willst du mich verarschen was ist das Gott ist da aber guck der kleine Typ da haupt die geile Ate Ate Tippe Tumt doch nicht dort er muss der Typ den du beschützen solltest der ist weg ach kann ich red mal ganz mit dem Gefahrgut und Zauber gut die Bündel die Bündel die Bündel wir liegen immer noch überall Angstgasse herum wir haben Gefahrgutbeseitigungs-Trobslos geschickt so wo muss ich jetzt gelangen ich soll in die Bettungen helfen bei einer Rückendeckung ich muss diesen Behälter für den Transport vorbereiten das war ein Strich zu dir gemacht und weiß nicht wo du bist glaube ich äh okay die Bündel riesiger Kerl oh ja ja so der ist so krank guck mal ich hab' den oben ich hab' den oben geworfen wie lustig in den Angstgassbehälter zum sicheren Bereich ich mach' mal den Kanister äh diesen Wagen hier kaputt mhm ich drück' grad die ganze Zeit Shift wegen Dings wegen anderen spielen wir mal mit Shift der einmal rennt aber hier tue ich's ja mit F mhm so der rennt ja da und bei Shift weißt du nur aus ja so wie viel muss ich noch machen zwei und ich muss ein paar ich hab' den alten Traum ach lol jetzt hab' ich ganz lol ich hab' grad zu sagen ich würde dir nicht ganz äh Gas aufgedruckt mhm warte guck mal guck mal ich träg' dir grad mal mein Gas 1,2,3,4,5 und Gas guck tu mir nicht weh ich soll dir nicht weh tun aah nicht zu schreien nicht zu schreien leh